Ove Schatauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, eben als die Stimme des Zorns, mit Folge 71, ähm, eine Frage hätte ich da noch, ähm, eine Frage hätte ich da noch, ist die mangelnde Flexibilität und arrogante Rechthaberei des wilden Werte-Westens der Grund dafür, dass irgendwann auf dem Grabstein des wilden Werte-Westens steht, wir hatten Recht. Das war eine lange Frage, eine von mir sehr durchdachte Frage, denn ich wurde inspiriert für diese Folge heute von einem Arte, von einer Arte-Doku vor zwei Wochen, 1,4 Millionen Leute haben die gesehen, China, Russland, Iran, die Front gegen den Westen und ich habe kommentiert, dahinter, wer Ove Schatauer kennt, wer weiß, dass ich gerne solche Kommentare schreibe, die erfolgreichste Propaganda ist immer diejenige, die kaum jemand bemerkt, nicht wahr, Arte? Wie komme ich darauf? Ja, typisches, für mich typisches Propagandawerk, verglichen mit Machtmensch Putin und allen Filmen auf Arte, die dann später kamen, Machtmensch Putin auf ZDF, alle möglichen Beiträge, die seit Jahren gegen Russland laufen, gegen den Iran, Nordkorea, gegen eben Leute, die aus dem Dollar aussteigen wollen. Das sagt sogar diese Doku am Schluss. Diese BRICS-Staaten, diese Leute wollen endlich aus dem Dollar aussteigen. Und dann zeigen sie, das kannte ich noch gar nicht, eine Rede vom kürzlich, rein zufällig abgestürzten iranischen Präsidenten 2023, der nochmal betonte, endlich aus dem Dollar aussteigen zu wollen, um befreit zu sein von den ewigen Sanktionen der US-Amerikaner. Was sind die Sanktionen? In diesem Bericht wurde es immer von den, da gab es immer das Ping-Pong-Spiel, Chinese, Iraner und Russe kamen zu Wort, die die russischen Interessen vertreten und natürlich dann Amerikaner und Westeuropäer. Auch Frau Baerbock, was meiner Meinung nach die ganze Doku extrem schmälert und die Glaubwürdigkeit auch wirklich ad acta lebt. Ja, Frau Baerbock kommt zu Wort, wenn es um die neue Ausrichtung der Welt geht, um neue geopolitische, tektonische Verschiebungen. Ja, wie gesagt, Sanktionen, Erpressung, sag ich dazu. Sanktionen ist wieder so ein schönes Wort, Framing, hört sich gut an, klingt gut wie Friedensmissionen. Genau, der NATO, die Friedensmission, ja, Verteidigung, Verteidigungsbündnis und so ist Sanktionen, das klingt wirklich immer harmlos, Sanktionen ist nicht schlimm. Dabei ist Sanktionen nichts anderes als Schutzgelderpressung, wie in den kriminellsten Regionen, kriminellsten Unterwelt, mafiöse Strukturen. Dort wird gesagt, wenn du dies nicht tust, was wir dir sagen, wenn du nicht so handelst, wie wir es wollen, sanktionieren wir dich, dann erpressen wir dich über den Dollar. So konnten die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg immerhin, immerhin fast 80, 70 Jahre die Dominanz und die Weltherrschaft ausbauen und erhalten. Doch nun haben sich diejenigen, denen man immer versprach, ihr müsst demokratisch und frei sein und ihr müsst euch befreien und tun und machen können, was ihr wollt. Nun machen diese Länder, was sie wollen. China, Russland, der Iran ist konservativ, bleibt immer bei dem, was die alte Tradition sagt. Streiten kann man immer, auch über die Dinge, die autoritäre Staaten wie diese drei machen. Und definitiv gibt es dort, wie in jedem Land, Unrecht. In meinem Song Irrtum, habe ich gesagt, überall auf der Welt geschieht Unrecht. Nicht nur damals sozialistische Staaten, DDR und so weiter. Überall. Auch heute Julian Assange, Corona-Politik, Zensur etc. Aufkommende Zensur im wilden Werte-Westen, Meinungsfreiheit einschränken, extrem etc. Ja, meiner Meinung nach schaufelt sich der wilde Werte-Westen sein eigenes Grab. Das sagte auch ein hochintelligenter Herr, der die russische Meinung vertrat in der Sendung. Man beobachtet quasi mit einem müden Lächeln die Fehler des Westens. Die Fehler, die darin bestehen, das sage ich jetzt, stur zu sein, arrogant zu sein und von oben herab diesen Ländern, diesen mittlerweile großen aufstehenden Ländern wie China und Russland. Indien wurde interessanterweise kaum genannt, weil Indien steht immer noch auf der Kippe. Geht es Richtung Westen oder geht es Richtung Asien und Russland? Das ist das Spannende. Also Indien haben sie auch wieder, so funktioniert auch Propaganda. Hat man gekonnt, weggelassen. Düstere Musik bei den Kommentaren der Leute aus diesen drei Ländern, die jetzt neu die Welt aufteilen wollen. Multipolar und nicht unipolar. Und zwar finde ich das wunderbar, da hat ein chinesischer Vertreter gesagt, man kann nicht eine Ordnung, Weltordnung genannt, über alle Länder der Welt streifen, weil die Traditionen, Mentalitäten und Geschichte aller Regionen auf dieser Welt unterschiedlich sind. Welch ein weiser, von mir voll 100% unterstützenswerter Spruch, nicht Spruch, eine Lebensweisheit, die der Chinese äußert. Denn was haben wir jetzt gelernt in Europa? Wir haben gedacht, man kann die EU gründen und alles gleich machen in Europa. Und wir sehen mächtig gewaltige Unterschiede, allein innerhalb von Europa, von der Mentalität und von der Art und Weise, wie man lebt, arbeitet und miteinander umgeht. Und dadurch entstehen Konflikte, wenn man alle unter einen Hut kehren möchte. Europa sieht, wie es scheitert, immer mehr Leute. Herr Orban hat einen riesen, übrigens auch nicht gehört, ich komme jetzt leider wieder ein bisschen weg von dem Film, Orban und die Ungarn haben am 1. Juni, hat Herr Köppel von Weltwoche, kann ich immer nur empfehlen, Roger Köppel, Weltwoche, ein wunderbarer Mensch für mich, geistreicher Mensch. Er hat das wenigstens mal in meinem Gedächtnis gemacht, davon hat der Mainstream in Deutschland, glaube ich, gar nichts berichtet. Und wenn dann nur eine ganz kleine, ganz kleine Zeile. In Ungarn sind Hunderttausende auf die Straße gegangen am 1. Juni und haben für Frieden auf der Welt demonstriert. Orban sagte, Schluss mit diesem Wahnsinn, wir haben es doch erlebt, Weltkriege in Europa. Europa ist das Kriegsgebiet der ganzen Welt. Über hunderte von Jahren hat man sich hier die Köppe eingeschlagen und den schlimmsten Zweiten Weltkrieg überlebt, der ganz Europa in Schutt und Asche legte, sagte Orban. Wollen wir diesen Wahnsinn nochmal wiederholen? 80 Jahre später, ein kluger, weiser Staatschef, der an das Wohl seines Volkes denkt und nicht wie unsere Kriegstreiber, die mit dem Wohl des Volkes spielen und pokern, wie ich es schon beim letzten Mal sagte. Wie gesagt, Europa ist gespalten. Wer anders, was ist das? Wir sind nicht diktatorisch, die Amerikaner sind nicht diktatorisch und schalten Gegner aus. Wie gesagt, der Iraner ist Präsident, der den Dollar abschaffen wollte, ist einfach mal abgestürzt. Und Herr, wie heißt der, der Slowake, Fiko, ja, ist einem Attentat fast zum Opfer gefallen. Der wird wahrscheinlich wirklich nie wieder zurückkehren. Der ist schwer, schwer angeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das passiert im wilden Werteweste. Und dann zeigt die Arte Doku die ganze Zeit auf diese anderen, die so autoritär sind und Geheimdienstoperationen ausführen, wo hier und da und dort mal ein Unfall und irgendwas passiert. Aber die eigenen, jahrzehntelangen, verdeckten Operationen, ja, der Amerikaner und der europäischen Verbündeten, Vasallen der Amerikaner, die werden gar nicht aufgezählt. Also, was so makaber ist, der Dieb schreit seit Jahren, haltet den Dieb. Wenn ein Verbrecher, ein Lump, der selbst so viel Dreck am Stecken hat, andauernd auf andere zeigt, die auch Dreck am Stecken haben, das will man gar nicht abschreiben, dann ist das doch unglaubwürdig. Und dann wundert sich, und das meinte wohl der russische Sprecher dort in dem Film, da waren zwei, die sagten, sie machen nur Fehler. Sie machen andauernd Fehler der Westen. Also sprich, der Westen lügt auch so oft, so offensichtlich. Zum Beispiel berichtet er nicht über diese Friedensdemo in Ungarn und denkt, das bleibt dann irgendwie, das kriegt dann bestimmt keiner mit in der heutigen Zeit, wo alles übers Internet gestreut wird. Dann sehen die Leute, Moment mal, unsere Medien machen nur Kriegshätze. Die machen nichts für den Frieden. Die berichten nicht über eine riesen Friedensdemo, um ja nicht die Leute zu inspirieren, in Deutschland endlich mal wieder mit Hunderttausenden auf die Straße zu gehen für Frieden. Also nochmal, ein selbst unglaubwürdiger Staat, der Fehler macht, siehe Migrationspolitik. Ich muss nichts darüber sagen, was hier gerade passiert. Die Messerangriffe, gestern habe ich es gehört in einem Bericht im Internet. Er hat 22.000 Messerangriffe, 60 pro Tag, das sind nur die Gemeldeten im Jahr. 22.000, hat ein Polizeibeamter gesagt in einem Interview. 60 pro Tag, das sind nur die Gemeldeten, sagte er. Das sind nicht die, wo jemand mal bedroht wird mit einem Messer von der Clique und dann sagen, die lassen sich doch in Ruhe und gehen. Ist aber auch ein Messerangriff, die Bedrohung, selbst wenn er das nicht zur Anzeige bringt. Also Leute, was ist hier los? Das gab es früher nicht. Ich kenne das nicht aus meiner Jugend. In der DDR schon gar nicht so viel Kriminalität gab es niemals im bösen diktatorischen Osten. Oh, des Weiteren kommt auch in den Bericht, ganz klar. Da wird dann gesagt, die Chinesen machen regierungshörige internationale NGOs, bauen die auf. Entwickeln die, die dann immer nur in ihrem Sinne ihre Dinge, die sie nicht zu befürchten haben, propagieren vor der UNO. Zum Beispiel, dass sie sagen, wir müssen gegen die Armut auf der Welt vorgehen. Das sagt Arte frecherweise, weil das die Chinesen nicht dann geht. Weil in China gibt es keine Armut mehr. In China hat es geschafft, das ist eine historische Leistung. Diese Regierung, was immer man von ihr halten will, hat die Armut besiegt. Den Chinesen geht es gut. Ich gucke mit meiner Frau regelmäßig einen Podcast. Da lebt ein Ukrainer mit einer jetzt chinesischen jungen Frau zusammen. Er ist Englisch. Er unterrichtet Englisch. Lebt dort und die reisen durch ganz China. Unheimlich toll. Wenn ihr das seht, Leute, denen geht es super, den Chinesen. Da ist Ruhe, da ist, nicht Ruhe, was ist ein falscher Spruch, denen geht es wunderbar. Die Märkte, das Essen, das leckere asiatische Essen, die Wochenmärkte, die Restaurants sind voll, die Geschäfte sind voll. Alle Chinesen sind voller Energie, die lachen, die winken in die Kameras. Guckt euch das mal an, das zeigt man bei uns ja gar nicht. Man möchte ja nicht wissen, dass wir wissen, wie es in China wirklich zugeht und wie es in Russland wirklich zugeht. Deswegen, am besten ist eine Feindbild-Chinese, wenn man nichts außer Böses lernt. Und Hollywood zeigt ja nur Filme. Der böse Russe, der böse Islamist, der, ja genau, der Iraner, der Iraker, der Terrorist und der böse Chinese, der böse Asiat. Jetzt ist ein neuer Film rausgekommen. Na ja, ratet mal warum. Neuer Film, Pearl Harbor, wo die Japaner angreifen, sind Asiaten. Und wie die, wie hellenhaft die Amerikaner dort dann sich rächen für Pearl Harbor. Na ratet mal warum. Asiaten, Asiaten. Es soll gegen China gehen. Das sind sie wieder, die herrlichen Hollywood-Militär-Propagandafilme, sponsert bei Militärisch-Industrieller-Komplex. Noch mal, China hat die Armut abgeschafft. Das oberste Menschenrecht, ich sehe das übrigens genauso, bin ich jetzt kein guter Mensch. Das oberste Menschenrecht ist ein Leben jenseits von Armut, der sogenannte Wohlstand, dass man ein Dach über dem Kopf hat, was zu essen hat auf dem Tisch und nicht Angst haben muss, morgen beides zu verlieren. Das ist ein elementares Menschenrecht und dafür tritt China ein, weil sie es selbst umgesetzt haben und geschafft haben. Das ist die Nummer eins. Wofür tritt der Westen ein? Armut, da können wir mal ein Auge zudrücken. Die armen Rentner, die hier Flaschen sammeln, die Penner, die ich mit meiner Frau, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, jeden Tag mehr sehen an der Kirche. Und irgendwo stehen sie und liegen sie und saufen sich die Hucke weg. Gibt's wahrscheinlich überall, aber die werden immer mehr. Ja, Kriminalität, Drogenkriminalität, etc. Da drückt der Westen ein Auge zu, aber es geht ums Gendern, es geht um 200 Geschlechter. Das steht auf den Fahnen des wilde Werte Westens und nicht Armut bekämpfen in Afrika. Armut muss endlich vorbei sein, ohne nur Afrika ausbeuten zu wollen in kolonialer Tradition. Also der Film, ich empfehle ihn nur, da sind, ich empfehle diese Arte-Doku, die werde ich hier posten noch und das Video. Hört euch die Argumentation der Feinde des Westens mal in Ruhe an. In Ruhe anhören. Ich finde, die sind sehr vernünftig. Die sind sehr vernünftig. Die wollen einfach unabhängig sein. Die wollen weg vom Zuhälter USA. Die wollen weg, die wollen ihr eigenes Leben in ihren Traditionen und ihren Werten leben und sich das nicht aufdoktrieren lassen. Mit 200 Geschlechtern und Genderei und Traditionsverlust. Bloß keine Traditionen in Deutschland. Das ist das westliche Wertesystem. Die universelle Google, KI, Transgender, universelle Hollywood, Coca-Cola, McDonald's, Plastikwerte wollen diese Leute nicht. Wollen sie nicht. Sie wollen ihr Leben leben. Und das hat Amerika noch nie zugelassen. Von Beginn an siehe die Ausrottung der Urbevölkerung der Indianer. Die westlichen Werte, die Amerika rausschreit, schreit ein Massenmörder der Indianer raus. Von Europa kommen sie deswegen, schreien ja heute auch die Europäer mit, weil sie sind ja die, die nach Amerika gingen, die Vorfahren. Deswegen versteht man sich so gut mit denen. Weil da sind Verbrecher rübergegangen und haben die massakriert, die Indianer. Christianisiert, ausgerottet, mit Pockendecken, mit Feuerwasserverträge gemacht. Und wenn das jetzt nicht mehr so läuft mit Dollar-Sanktionierung und Erpressung, wenn der Chinese und Russe nicht das macht, was der Ami will und der Iraner, dann sind sie der Böse, der Feind. Da will eine Hure von uns, will alleine, will aussteigen aus dem Geschäft. Ich übersetze mal drastisch. Leute, das war Folge 71, wir haben schon wieder 17 Minuten. Wollte ich loswerden, schaut euch diese Doku an und hört auf die Stimmen der Gegner des Westens. Und beachtet auch immer wieder, so läuft Propaganda, düstere Musik beim Feind. Wenn angenehme Musik oder gar keine Musik, wenn der Westen vernünftig dargestellt wird. So läuft Propaganda, so läuft Propaganda. Danke ihr Lieben, danke an über 200.000 Aufrufe für den Russlanddeutschen, der gesprochen hat. Fast 3000 Kommentare, über 20.000 Likes. Lest euch die Kommentare durch, es ist ein Hochgenuss. Immer mehr Menschen wollen Frieden mit Russland, wachen auf und wollen die Sache friedlich klären. Darum geht es, dass man den Krieg stoppt, das Töten stoppt und zu einer vernünftigen Lösung kommt. Denn, ich komme zurück zur Frage, was nützt es uns? Das ist nicht meine Idee, das hat ein bei Welt Mainstream, ein General, Herr Richter, Wolfgang Richter gesagt, General AD, vor ein paar Tagen, was nützt es dem Westen, wenn er auf seinem Grabstein steht? Wir hatten Recht, denn es kann zu einem Atomkrieg kommen. Drusba, дорогие друзья, passt auf euch auf.